Wer schießt hier mit Schockern? Das ist nur Ali Anfield. Oh, Schocker. Ich hab's nicht mehr reingeschafft. Ich war gerade am Laufen, wo ich die Raketen gehört hab. Komm ran. Weg nach oben. Wohler zeig ich mit ATA irgendwie raus. Nicht zinn. Ich weiß nicht, du würdest mal Pester. Die hängen zinn, 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 wo ist die? Ja, zinn. Das hört sich ruhig an. Muss das funktionieren? Ja. Oh, da sind alle keine draußen. Hol die Claymorezündung raus. Verstanden? Ist draußen. Ich halte hier die Treppe. Wo ist die? Die sind unten in der ganzen ersten Etage. Die geht dann hoch. Sobald hier unten ich tot bin, guck auf mich. Wenn ich tot bin, müsst ihr hochgehen. Dann zünden. Ja, wenn ich tot bin. Copy. Da sind jetzt mal ein Medikid. Da gibt es noch einen Medikid. Wir haben einen Medikid bei uns. Aber wir gehen noch mal. Und ein Friendly haben wir vorgelaufen. Ich, ich decke. Der soll sich selber nehmen. Wo ist Kippen? Ich lege unten um Eingang. Hauptsache du das Omi überlebst mit dem scheiß ID-Kids. Drück nach oben. Lauf ich in die richtige Richtung? Ja. Hier doch. Ich hab 4 Kills gekriegt. Mit der Art hier hinten. War die mitten im Hof oder wo war die? Zwei. Das war eine Ost-Süd-Ost und eine West-Süd-West. Public. Da war die hier ans Jut, glaub ich. Ja. Den haben wir jetzt auch zunächst. IPK liegt hier auch noch. Ja. Also die ganze... Oh, hier boy. Was? Komm, der ist wirklich eher... Fuh, komm lieber die Kärme aus raus. Ich steh hier. Wenn ich darauf geh, die Axt geh hoch. Opfann. Die ganze erste Etage, alles weiter drin ist, wird getötet. Ich hab ne Art hier, die nachgeladen. Ich könnte mal wieder einen im Hof platzieren. Was? Nein, nein. Ja, ja. Ich hab' hier eine in die nächste Ecke. Ja, ne... Ich hab' da ja etwas verdient. being ake. Was hast du hier überall gedreht? Ne... Hier, hier eine hinweicht. An der Kreuzung, hier, hier noch eine? Ja. Jetzt wir mal ein bisschen weiter nach hier machen. Hier. Pas schon. Ja. 2.5 und einheitlich kostenlos nicht weiter schon zu machen man kann sich aus dem Fenster zu machen nach einem Kästchen und aus dem Fettstück zu sehen das ist Aus dem Osten im Feld irgendwo Ob du da jetzt hinkommst, dass ich... Eilig So Vorsicht Greiber kommt Und, haben wir? Von wo? Ich weiß ja nicht, ich höre noch einen Oh, das zeigt ja auch so einen 9 Oder ist? Hier kommt gleich genau da lang, wo die AT-ID liegt Nee, nee Und rum? Ist hier außen, ja Oh Oh Was mit C4, diese Schweine, Alter Diese... Noobs, ey Die haben sich immer so ein bisschen gefriert Auf 3, 4, 5 ist ne Menge Feinden Wenn wir die töten gehen Sind 200 Meter Können wir Schild über... Westen flankieren Ah, Blackboard Und die über die AT-ID fliegen würden Geht er down? Ja Jawoll Jawoll Nein Ich auch nicht Ich hab den Ich hab den Ich hab den noch gekriegt, der war so extrem hoch, Alter Ich hab den noch gekriegt, der war so extrem hoch, Alter Was hast du? Es ist schön gewesen, ich hab versucht, den mit dem Bombkart zu kriegen, Kiowa, aber der war zu hoch Ich hätte echt nicht erwartet... Ich hätte echt nicht erwartet... Ich hätte echt nicht erwartet, dass ich das Ding noch kriege, jetzt dafür hast du davon gezündet Krass Geht rein! Geht rein! Geht rein! Geht rein! hier kommt noch ein T.A.G. hier kommt noch ein T.A.G. da kommt noch ein T.A.G. hier kommt der HAB dann kommt es zu Hause zwei haben wir hier in Westen Ach für Scheid, bin ich rausgegangen. Drei Handys, drei Handys. Na gut, das war nicht mehr im Cache. Ehe sinnvoll. Werden sie mal bei mir vorbeigefahren. Markus noch eine hat. Ich denke sie zu mir, dass sie zu mir kommen. Vier Handys. Ach, es geht ab. Ein, was ist denn in die Schuss? Was ist denn, was ist die Schuss? Was ist denn, was ist die Schuss? Was ist der Schuss? Machst du nicht die Schuss? Oh, was ist der Schuss? Was ist der Schuss? Wann nicht? das ist gut wieder weg damit ich weiß, ich weiß oh scheiß Kaiowa ich habe die glaube ich alle getötet hier, unten glaube ich nicht, die sind gerade hier die holen sich wieder scheiß Kaiowa ich wollte eben beim mit meinem Pischkanken jetzt habe ich noch zwei getötet ich habe hier fünf Mann getötet hier drin mit den Klamers das ist okay da kommt noch einer da ja, ich kann sie sehen sind zu dritt das ist fuck, viele die haben zu viel das gefällt mir nicht die haben zu viel, das gefällt mir nicht sehr gut sehr gut hier sind noch mehr, hier sind noch mehr hier bist du unten im Geschoss und hältst die auf ich gucke dann durch die Fenster nach draußen ich glaube ich habe alle getötet die 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 Da kommt der Kalver, Kalver, bleib draußen. Ja. Ich brauch drei Munition. Ich hab Munition. Fünf Spieler nur noch. Alle Gerage quittet.